Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von OMSI 2 in dem Omnibus-Simulator. In der letzten Folge sind wir ja hier angekommen bei Landungsbrücken. Und ja, fahren wir mal am besten weiter gleich. So, ich glaube außerdem, dass die Fußgänger oder die Leute, die einsteigen, wieder was sagen. Ach komm, ich habe ja nicht ewig Zeit. Das war jetzt ein zweites, keine Ahnung. Tut mir leid, aber ich will ja nicht die Folge so ewig lang machen. Muss in dem Wasser eigentlich. Ach toll, bremst du früher ab? Und wenn ich denke, ich muss da gleich eine Vollbremsung machen. Boah, sieht die Mauer detailliert aus. Boah. Boah. Ich hatte nämlich gerade eben eine Frau, oder ich hatte gerade eine Frau, die hat gesagt, Entschuldigung, ähm, Entschuldigung, ähm, deswegen glaube ich, dass es jetzt wieder mit den, mit den Fußgängern oder, äh, ne, mit den Fahrgästen, dass die jetzt wieder was sagen. Also ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Aber es ist cool, wenn die sprechen eigentlich. Bitte sagt, wieder einer. Wieso sagen die nichts mehr? Das ist, äh, okay, ich stelle jetzt ein. Ich versuche das jetzt mal einzustellen. Ähm, warte, 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 warte. Fahrscheinverkauf, einfach, muss glaube ich so sein. Fach, Deutsch. Bist du eigentlich? Hallo? Gut, egal. Ohne Fuß, ohne sprechende Fahrgäste sind nicht echt nur halb so schön. Ob es zwei. Oho, und unsere Batterie ist fast alle. Ich hoffe, wir kommen damit durch. Es war hart, oder? War es gerade rot? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Was packt ihr? Hallo? Ach ja, wieso sprechen sie nicht mehr? Ihr Armfahrgästen. Okay, ich stelle jetzt mal wieder in den Fahrstattkampf erweitert. Na, egal. So, weiter geht's. Oh, Mann. Steht doch nicht so blöd rum. Nächste Reitestelle. S-Bahn. Rieferbahn. Übergang zu den S-Bahn-Lunien S1 und S3. So. Bitte werbe, werbe. Werbe. Fußgänger rot, das bedeutet, ja, das bedeutet grün. Oh, ich glaube, wir müssen links. Es wird grün. Tür geht langsam auf, weil wir kaum mehr Druck haben. Oh, Mann. Es stört mich, dass sie nicht mehr reden. Einsfahrt, groß, Gesamtbereich. Ich komme gleich wieder. Keine Sorge. Ich bin ganz kurz weg. Ich bin ganz kurz weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Kommt eigentlich in die Nächste Haltestelle? Dann klappt das. Ich überhole dich. So, aber jetzt abbremsen. Oh, ich hab wieder Null Batterie. So, ich glaub wir müssen rechts. Ich bin schon mal. Ohne zu wissen, ob wir rechts abgehen müssen. Schau mal, abbremsen. Langsam abbremsen. Ja, so sieht jetzt schon viel besser aus. Und die Hackfresse hier muss auch nicht die ganze Zeit im Weg stehen. Hi. Kann ich hier was verkaufen? Nee, kann ich nicht. Ey, Hackfresse. Hör auf mich hier so anzuschauen. Mann. Wie sprichst du nicht? Dann hätte ich das hier nicht ausgehalten. Wenn du die ganze Zeit hier nicht voll redest. Steigst du jetzt aus? So, das, äh, ich würde mal sagen, das war's mit der, mit dieser Folge von Omzi 2. Ähm, ja, ich glaube die Folge ist etwas kürzer geworden. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir fahren dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat. Ja, wenn es euch gefallen hat. Dann gebt doch... Dann macht doch gerne einen Like. Klickt... Oder... Macht einen Daumen hoch, so. Und, äh, ja. Abonniert. Und... Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Täu skinos. Ein Formthemum.